Der Typ direkt an der Seite, ne? Wenn ich hier so stehende gucke, erinnert mich dann irgendwie an Hannibal Lecter. Also aus der Serie, ja Hannibal. Ich hab die Serie selber nicht geschaut, aber ich weiß auch nicht, ob das Bild von dem Typen mir gestern im Kopf ist. Ich weiß auch nicht. Hier war das, ne? Ping! So, wie machen wir das jetzt? Shit mal ein bisschen! Oh, sorry! Fick dich! Ich werde von allen Seiten flankiert! Alter! Geht doch! Oh, hi! Ey! Ich geh jetzt hier rein, ist mir jetzt scheißegal. Ihr könnt mich mal alle. Bitteschön. Dem war bestimmt, bestimmt kalt. Also geh ich echt sehr stark von aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das hab ich nicht kommen sehen. Nein! Ich geh jetzt mal zu. Guck mal zu. Ski mal zu. Geh das! Ich geh jetzt mal zu. Jaaa! Ich werde dich erledigen, du Dreckstück! Fiss dich! Stich dich ab, Mann! Stich dich ab! 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 Genau! Stich ihn ab! Aua! Die Todes-Animation war gerade sehr merkwürdig. Ich hätte nichts zum Bluten, der Typ. Oh. Wie geht's dir? Bestimmt scheiße. Ich meine, so ein Pfeil an der Schulter tut bestimmt weh. Ah. Chim mal ein bisschen. Okay, das dauert echt lange. Ich hab nur noch ein, eins. Ah, Granato, du lebst ja auch noch. Oh mein Gott, sechs Kugeln. Der Typ hat mir den Arsch gerettet. Ah. Ich bekomme Verstärkung. Auskräfte an meine Zombies. Okay. Na, das wird natürlich gewendet, ne? Aber ich meine, ich hoffe, ich hoffe mal, dass die Soldaten... Oh, das ist noch ein hart... Ah, komm, das schafft ihr. Das schafft ihr. Komm, schieß einfach drauf. Schieß einfach drauf. Ich kämpfe lieber gegen Menschen als gegen Clicker. Der rennt rein. Der rennt einfach rein. Das ist ein harter Hurensohn. Also ganz ehrlich, das ist echt ein harter Hurensohn, Alter. Scheiß drauf, Unsinn, Zombies, Alter. Ich geh mitten in den Reihen. Der ist bestimmt Mitglied bei der AMK-Army gewesen, der Typ. Na ja, komm, komm, komm. Das macht ihr ganz gut. Das macht ihr bis jetzt eigentlich ganz gut. Den Team kann ich flankieren. Den kann ich easy in Kopfschuss gehen. Wenn die Zeit reif ist. Na komm, geh mit rauf da. Hilf deinem Kumpel. Der wird gerade genommen von zwei Viechern. Der muss doch umsonst helfen, oder nicht? Achso, er schaut sich das an. Trifft er überhaupt? Ich denke nicht, ne? Nice, nice. So, jetzt sind wir auch ihr beide. Komm. Kampf um Leben und Tod. Wer gewinnt? Ey. Ich will ihn nicht mitmachen, okay? Wirst du mich verarschen? Ich hab gesagt, ich mach ihn nicht mit. Ich wollte nicht mitmachen, okay? Nicht mal. Alter, woher wusste der scheiß Zombie, dass ich auch da bin? Naja. Jetzt looten wir erstmal. In ihren Händen wirkt das Gewehr riesig. Also wirklich riesig. So. Hier waren ein paar gestorben. Und auf der Treppe, ne? Hier müssen auch noch ein paar Leichen liegen. Ja. Cool. Munition. Und allen Stuff. Nice. Aber ich frage mich, wie lange dieses DLC geht eigentlich? Ich mein, ich überrasche mich selber gerade, wie lang das ist. Ich hab echt damit gerechnet, so eineinhalb Stunden, dann ist es easy zu Ende. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde und 40 Minuten. Ich hoffe, du lebst noch, Joel. Komm, let's go. Hau dazu. Voll ins Gesicht, Alter. Ja, was machen wir jetzt? Wir sind am Arsch. Wir sind was von am Arsch. Na los. Ach da. Ach so, das Ding. Ich auch. Noch ein bisschen höher. Oh, Charakter designt sich da aus wie der Typ, der, 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 der Anführer von den, äh, scheiß Banditos. Oder wie auch immer die heißen. Wo ist das Wasser hin? Hat der das ausgesoffen? Ey, die sind doch da. Direkt hinter dir. Renn weiter. Ja, schieß doch mal jemand den Typen hier. Weg von mir. Die Typen hast du das Genick weggetreten oder was? Also rein theoretisch müsste uns doch jetzt irgendeiner beißen. Darüber kommen wir raus. Weil Ellie wurde ja gebissen von einem Zombie, was schon ein paar Wochen passiert ist, bevor sie das auch was eigentlich begonnen hat. Also es ist auch ein richtiges Spiel. Ja, scheiße. Lauf, lauf, lauf. Ach, scheiße. Runter, hier rüber, rüber. Fuck, geh weg von mir. Das alles nur, weil Riley mir mitten im Weg stand. Ich kam nicht an ihr vorbei. Auf, lauf, lauf. Ja. Huiiii. Und direkt hinter dir. Dann komm, let's go. Hier hoch. Komm, 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 komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 scheiße. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich glaube, da hat er mich gebissen oder so ist er so aus am Arm? Ich glaube, das war's. Ellie. Ellie, dein Arm. Nein. Nein, 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 nein. Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Bin quasi ein Experte. Fast. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße, scheiße, scheiße. Da vorne ist noch mehr zum Zerschlagen. Warum jetzt nur... Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen's uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag... Lass es uns aussitzen. Wir gehen es... romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Sorry. Komm. Verschwinden wir hier. Ach so, okay. Das war's schon gewesen. Wow. Wow. Ich dachte, es geht noch länger. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie was passiert. Von wegen... Ich will... Ich weiß, das ist echt komisch. Ich meine, sie hat uns ja eigentlich schon erzählt, wie das ausgegangen ist. Am Ende von The Last of Us. Dass sie das aussitzen wollten und alle mutiert sind, außer sie. Also, dass sie mutiert ist. Außer sie und sie dann am Ende. Ich brauch das, glaub ich, die weiter ausführen. Ich denk mal, wir wissen alle, was ich damit meine. Aber ich dachte, es wird gezeigt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte echt, was jetzt noch kommt, wie sie die andere aufessen, wie Riley mutiert. Ich dachte, es wird echt noch gezeigt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte echt, es geht noch ein bisschen länger. Aber die Episode... Also, das ist die RC, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wär echt gut. Das wär echt gut. Und ich würde sagen, ich halte jetzt mal die Fresse. Ich lasse die Credits jetzt laufen. Und wenn irgendwas noch passieren sollte, wie gesagt, werde ich's immer noch da hinten nach den Credits noch reinschneiden. Also, irgendwie... In meinem Spiel kommt ja immer noch so eine Katze nach den Credits. Die werde ich auch noch reinschneiden. Und dann würde ich sagen, ähm... Dann mache ich dann hier meine Tonspur aus. Und das war's dann von mir gewesen. Dann schauen wir uns noch den Rest an der Credits. Bis zum nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen. Tschöbüß. 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 Amen. 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 Amen.